Musik 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 Da bin ich Vielleicht nur das Spiel anfassen Es sagt laut So Machen wir noch mal kurz den Obwohl eigentlich ist es egal, weil ihr glaub ich den noch zum Schluss Enter Ich bin schon so lost, Leute Ah stimmt, ich muss noch was abrundern Ah ja, ihr hört hier überhaupt nichts Oh man So Aber jetzt hört er was Wortwahn Wir müssen nicht den Kampfer endlich besprechen Ich hab schon wieder vergessen die Steuerung So 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 Und da ist nichts. Und 20. Vielen Dank. Wir haben wieder eine neue Ausstattung bekommen. Was viel schlechter ist als in der jetzigen Säger, also super. Es sah zumindest so aus, als wäre da oben ein Handelsplatz. So, da oben. Und weg damit. Was nehmen wir mit? So, mal gucken. Wir wollen jetzt auf jeden Fall runtersuchen. Am liebsten werden wir vorher nochmal einen Hafen ansehen, wo wir den Rest einlagern oder verkaufen können. So, da oben geht's. Vielen Dank. 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 Ja, sag ich doch, wir haben eine große Menge rum. Nur rumfliegen. Vielen Dank. Einlagern wieder schön. Und Ankerlichten. Einlagern. Einlagern. Oder wer war. Einlagern. Das war richtig schön verspendet. Einlagern. 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 Und dort kommt. Einlagern. 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 rüber was wir nicht brauchen und noch ein bisschen holz ein bisschen holz am wettbewerb kauf und runter hier ist noch irgendwo einer jetzt war ich auf jeden fall noch ein hafenfeuer und runter und runter und runter medizin brauchen die davon habe ich auch ordentlich viel verkaufen wir gleich noch mehr wenn ich schon dafür so viel zahlen der markt will noch mehr ich glaube ich habe auch noch mehr ich denke ich bin jetzt jetzt ich 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 warum noch mehr angestellte jetzt ist es voll und lang was ist denn noch mal neu aus dachte ich habe jetzt ein neues segel ich habe jetzt ein neues Wir haben noch eine Haltestelle vorher. Tisch leer. Hier werden gut Robine gehandelt. Ich will... So und das einmal hier schön verkaufen. So. 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 wie soll Musik von dort wider standen? Okay, dann besiegen wir jetzt den Königin. So, einmal durchsägen. Komm schon. Ich war so knapp davor. Ich war so knapp davor. Mein Gott, das verpackt ja da um. Auch daneben, wir sind einfach viel zu schnell. Was kaufen wir hier? Ich habe keine Medizin mehr. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, wir müssen ja jetzt irgendwie versuchen darunter zu kommen. Ich könnte mir auch Kartenteile eigentlich kaufen. Ich bin auch gar nicht so dämlich. Dann weiß ich, wo welche Hafenmann sind. Hier sägeln wir lieber ein bisschen weiter aus. Mal gucken. 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 Wenn ich kurz vorm Tod bin, muss ich mal eine andere Flagge einsetzen, irgendwo still hinfahren und reparieren. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Jetzt können wir schon langsam rüber setzen eigentlich. Gut, genau rechtzeitig. Wir fahren also durch die Militärzone. Gut, genau rechtzeitig. Gut, genau rechtzeitig. Anlegen, was kaufen die denn hier so? Mal gucken, was hier noch in Rubinen da haben. Gar nichts mehr. Mal gucken. 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 zu kommen um dort das ding an den herrn captain p morgens geben tüttliche säge schlechter wenn wir richtig viel später verkaufen so mal gucken ob wir jetzt gleich in Untertitelung des ZDF, 2020 So, Gold, nichts dabei. Erst nehmen wir das da auseinander. Und dann gehen wir runter und schauen, dass es die nächste Aufgabe ist. So. 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 Vielen Dank. Jetzt habe ich schon zwei Schiffe, super. Ist ja nicht viel, drei. Bis zum nächsten Mal. 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 Gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. 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 Mein Gott, ich habe immer noch nichts genug. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. 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 hier ist auf jeden fall was ein stadt oder ein dorf also kann alles verkaufen das ist aber super knapp also kann alles verkaufen 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 ich finde das nicht abhängig also kann alles verkaufen 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 alles verkaufen alles verkaufen also kann alles verkaufen also kann alles verkaufen also kann alles verkaufen also kann alles verkaufen alles verkaufen also kann alles verkaufen sagen Aber ich würde auch sagen, das reicht jetzt mal für Leute. Aber ich bin jetzt auch erstmal durch. Ich bin jetzt bei zweieinhalb Stunden heute gestreamt. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wir sehen uns nächstes Wochenende spätestens wieder. Haut rein und ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen wir zum nächsten Mal. Nein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.